Und hier ist ein ganz berühmter Eingang. Wer kennt ihn? Postet ihn hier aus einem ganz berühmten Film. Ich gebe euch meinen Tipp. Es sind zwei Bilder hier auf der Straße gemalt. Der erste Bild. Aber jetzt müsst ihr es alleine schon wissen. Zweiter Bild. Wer kennt den Klassiker oder das Gebäude nicht aus dem berühmten Film? Das war ein kleines Rätsel aus New York.